hi ho und willkommen zurück meine lieben rollenspieler und dann schon freunde zu legend of grimborg level of lies wir haben es endlich geschafft in der letzten aufnahme session diesen ganzen box hier hinter uns zu bringen im engine core also oben einmal im engine room und einmal im engine core sind jetzt in den palast eingedrungen da gab mal acht von 18 ebenen geschafft und das nicht mal weil wir bei ebene 3 angefangen haben ja gut wir gehen jetzt erst mal wieder nach oben sacken unterwegs diese sachen hier ein hier ist hoffentlich kein secret mehr was wir gebrauchen könnten so unsere bombkraft ausrüstung die haben wir hier abgelegt und hier glaube ich auch hier sind die grimoire hier sind wissen wir brauchen mehr schädel zeug und das sind die gegenstände so da kannst du rein tun wir die beiden sachen auch immer noch hier bestien schädel dieser schädel essen haben wir jetzt im überfluss so sie hat drei und wir haben zwei volle säcke was schon mal recht gut ist ja hier haben wir ramsch abgeladen die wir zurzeit nicht brauchen wie zum beispiel sehr viele giftbomben hier würde es jetzt runter in den tempel gehen ich will aber erst einmal ja genau hier drüben runter da habe ich mir nämlich extra die super dicke markierung gemacht dass es dort in einen gaias garten geht also halten wir die gaias garten teleport an das war der falsche zauber der gaias gateway braucht das in der mitte nicht gut ich höre schon wieder pilze umlatschen und spinnen oh heischnick das war der falsche zauber dann immer das hier also ja hier können wir nichts aufmachen ich sehe da aber ein kraut an dass ich nicht rankomme weil da was im weg ist ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen angst da wäre ein weg ist hier was was ich einschlagen könnte ja das hier aufschießen bringt nichts also äh ja der hat es behält seine ladungen gut hast du noch dein speer ja hast du dann haut mal ordentlich drauf und wir gucken mal was dahinter ist ich glaube ich gebe ihnen dann wenigstens einmal was zu essen so da war ein stein und als von der sorte hier ja sehr toll wenn ich alles auf sie ablege dass sie dann überladen ist so ich würde sagen die schweren sachen werden jetzt erstmal verspeist beißt was wiegt noch viel und das ding hier ich denke mal bei einem geiersgarten können wir uns das leisten so packen wir mal schweres essen in den sack und die leichteren sachen in den sack sie hat kein essen mehr sie auch nicht oh heilschnecki ich mag das katana okay was machst du okay was machst du you hear a faint grinding of stone stone we are closed in the center of ictras here ja haben wir mal wieder eine geschlossen und hier wäre noch ein shift da habe ich jetzt eine ladung verschwendet ich soll natürlich auch immer mal gucken ob ich hier an secret doors vorbeilatsche und dann schaltern ich nehme mal an hier sind schalter nicht so einfach zu sehen ich wüsste zum beispiel nicht ob in diesen eingestürzten wenn schalter drin wären obwohl hier noch böse überraschungen auf mich warten das hatten wir nämlich im zweiten abschnitt von ictras hier wo ich den weg geöffnet hatte und dann auf einmal überall ähm solche grünen dinos rausgekommen sind hallo ähm ich wollte gerade sagen der blutete boden da kann ich was einschlagen da ist noch eine spinne hinter einem giftpubel die kann ich nicht einschlagen und ich meinte gerade es wird dunkler ok hi ja gut die kriege ich eigentlich ganz einfach tot hm hier ist ein schalter und ich kann gerade kein giftschild anmachen weil ich nicht genug mana habe was ich allerdings anmachen kann was auch hilft ist eine regeneration ja diese blutinger da die sind schon etwas creepy scheinen auch gut was auszuhalten ja die halten echt gut was aus geben aber auch saumäßig viele erfahrungspunkte hm solange ich kann ziehe ich mich mal kurz zurück und regeneriere mich einmal noch ist bei allen das essen grün er hat jetzt wieder etwas mana um was aus richten zu können wow auf jeden fall macht das hier auch viel schaden wenn es trifft die tür ist noch geschlossen noch mal ein milkweed das sind ja in labyrinth of lies die trank verstärkungs kräuter ja da kann ich durchgehen warte nein da kann ich durchbrechen so ach nö zunächst seid ihr recht langsam ja secret gefunden was haben wir denn da ein buch für maize eine silbermünze von der wir bereits eine haben ein poison gravel kannst du aufheben ring boots brauchen wir nicht eine cave nettle als gegengift und eine flasche flasche ist gut flasche können wir zwar nur nämlich immer mit wasser füllen und das buch nehmen wir einfach mal aus prinzip mit so hier waren wir überall schon da kann ich mich nicht durchhauen da kann ich mich nicht durchhauen ich weiß aber ich kann mich noch irgendwo durchhauen das bringt leider nicht viel wenn sie da mit der hand drauf haut und so das ist